Emilius, es tut mir leid. Oh, Potential ist Level 17. Geht sehr zu spät erwischt im Justin. Das war ja sehr seltsam. Oh Gott, links kreischen die Nachbarkiddies und gegenüber singen meine Nachbarin und der Hund jault dazu. Schön, Madi. Ach, kommt schon. So, passt. Äh, gut. Alles klar, ist die Q-Time in LOL nervig. Echt? Wie lange musst du warten, Alex? Danke, 17 war ich so hoch. Ja, ich bin auch ein bisschen erstaunt. Wie viel hat er denn gemacht? Entschuldigung, ich bin grad voll atemlos durch die Nacht. Wir haben jetzt übrigens auch 2 Stunden Zeit, weil die jetzt ist 60 Grad dran. Ähm, stein mal schön. Elawi, top. Ja. Auf deinem Smurf brauche ich für Ranked, wenn ich alleine spiele, so um die 10 Minuten in Gold 2. Und auf dem Main habe ich schon 25 gewartet und nun abgebrochen. Ah, Alter. Sounds like a lot of fun. Ich bin gerade mit Z am abkacken. Oh nein. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Nicht gut. Sorry, Maus. Sorry, Maus. Sorry, Maus. Äh, du musst nur über deinen Schatten springen, Winnie. Winnie. Winnie? Ich bin gerade... Mamadi, der Scherz. Ja, richtig fein. Yugetschi kann man auch nur seinen Kopf zeigen lassen. Ah, stille. Ähm. Ich würde zu gern gegen dich spielen. Ich weiß, Snare System. Aber momentan bin ich echt so fokussiert auf Endlich Gold 5 und jetzt sind wir schon wieder in Silber 2. Es ist ein bisschen zum Heulen. Um ehrlich zu sein. Und ich habe zum Verrecken keine Ahnung, was man spielen soll, um ehrlich zu sein. Um Verrecken, keine Ahnung. Gar nicht. Es ist einfach... Es ist lächerlich, dass ich gesagt habe, ich spiele Top Blade. Was ich picken soll, ne? Das ist für dich, Ma. Das. 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 Was ich? Das ist für dich. Und ich habe zurück. Ja, ich habe auf mich. Wollen Sie kommen? Da. Was? Wie? Was? Schauen wir einfach mal, wie das klappt. Wie das klappt. Oh Gott. Das Baum-Skill. Änder mal Meisterschaften. Gegen Nasus doch nicht. Das ist dein Full-Counter. Geil! Ich kann aber lieber Top-Lane spielen. Wow. Wow. Mein Glück gehabt. Einfach mal Lane-Support. Schade. China ist besser als Damage. Hä? Ich weiß doch gar nicht, was ich tun muss in die Lobby. Was soll der Double mit? Ich gehe in die Mitte von der Dort. Okay. Ich weiß aber eh nicht, ob ich die Lobby spiele. Das ist wirklich ein Weg, Basen. Wir müssen jetzt eh die Zeit gerade ein bisschen öffnen, weil der eine ja geliebt ist. Ich dachte schon, ich habe OBS gerade. Warte. Äh. Warte. Ich hätte... There we go. Ich kann nur einloggen. Er wartet. Dann! Mein Gott. Ich bin jetzt nicht drauf heute. Die zwei Spiele haben es wirklich rausgehauen. Ich habe ihn schon in-game. Oh. Nero System viel Glück auf jeden Fall. Und Mati ist... Kommt zurück. Du kannst mit Larry gegen jeden gewinnen außer Nasus und Graves. Okay. Okay. Gut. Gut zu wissen, Mati. Mhm. Die fünf Minuten sind gleich schon vorbei, bevor ich hier irgendwas geschafft habe. Ich glaube, bis ich ein Spiel hier gefunden habe, ist es schon eh. Okay. Wow. I'm impressed. Nevermind. Dann warten wir jetzt. Äh. Okay. Muss... Den noch... Muss dann nochmal weg. Mein Gott. Was tust du denn? Was treibt eh noch so Leute? Ich verstehe es nicht. Warum bin ich... Irgendwann. Es ärgert mich total, aber ich weiß, dass ich jetzt hier nicht, äh... Mich runterziehen lassen darf, weil ich es irgendwie schaffen muss. Muss es schaffen. Muss. Oh, Rahmschutz ist on. Immer auf dem Smurf spielen. Alles klar. Viel Spaß, Alex. Ich mach die Flasche auch die ganze Zeit zu und trinke permanent drauf. Wie lange die Season noch geht. Äh... September, November ungefähr. Buch. Okay. Das ist ja auch noch ein bisschen ja richtig. Aber ich würde ja auch gerne mal die Champion Masteries weitermachen. Und, ähm... Ich weiß nicht. Dadurch, dass ich schon so lange brauche, um nach Gold zu kommen, ist der Druck für mich... Der Druck ein bisschen höher und... Ärgert mich. Und wir waren auch Promo zu Gold und jetzt sind wir schon wieder. Also ich hab noch nie eine Season gespielt, wo ich... Zweimal abgestiegen... Geschweige denn einmal abgestiegen. Geschweige denn einmal abgestiegen. Ja, meh. Was ist das hier? Warum komm ich momentan nicht? Ist der Shop zur Zeit tot? Ich wollte ja letzt... Ich wollte ja letztens hier noch den Champion kaufen. Aber es ist unavailable. 16 Sekunden noch. Yes. Äh... Noch 6. Noch 3. Noch 1. Wir sind wieder gecued. So viele Champions... Ich hab mir noch... Ich hab schon ein Spiel gefunden. It's the final count. Gibt immer ein erstes Mal. Aber das ist ja schon das zweite Mal schon. Maddy! Mal angenommen... Ich hab ein Gegner, der pickt jetzt ein... Äh... Ich weiß, ich muss irgendwie an Thunderlords reinkommen. Mal angenommen, ich spiel jetzt gegen einen. Ja, so ist das. Wir lassen das jetzt erst mal so. Wie könnte ich dann spielen? Wir könnten auch Quintop einfach spielen. Was macht dieses wundervolle Thunderlords eigentlich so? Ich höre das öfters. Macht viel Schaden. Adrox Top eigentlich aufgebaut. Auch interessant. Alles außer Nasus und Grace. Ich weiß, wenn gegen Nasus kämpft, er kann dann Tentakel fahren. Ja, okay. Das stimmt. Das ist wirklich dumm. Wäre wirklich voller Counter gewesen. Ich spiel jetzt einfach Quintop. Ich spiel jetzt einfach Quintop. Ich spiel jetzt einfach. Ach, Quintop hat zumindest ein bisschen Movement. Bisschen. Deswegen gehe ich davon aus, dass es klappt. Hört man eigentlich irgendwas von der Musik? Ich hab das Gefühl, man hört gar nichts. Ich spiel jetzt zu schnell und drittes. Ich lege auch auf null. Gut Job. Das ist mir da ja echt zu rülst, die Laufel zieht. Andererseits kann ich gar nichts anderes auf... Bisschen deine Ehe auf Nasus, das sind Freese-Stacks. Dann und Mana verlust für dich. Okay. In Game Musik, ja, die meinte ich auch gar nicht. Ist, äh, Justin gar am Zocken drin, ne? Nein, er ist einfach weg. Okay. Okay. Wollt ihr Bruce Lee sehen oder Klitsch? Das ist eine Anspielung auf die Skins. Geil gemacht. Klitschko. Oh, ich hab ein Update für iTunes. Soll ich dir das eigentlich? Ich brauch das auch nur für meinen doofen iPod. So nervig. Ich kann das haben. Justin schrieb, er wolle duschen und seine Eltern werden im Bad. Schätze mal, er hat seine Eltern rausgeworden und ist nun in der Wanne. Ach so. Ja, dann ist ja gut. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass unsere Vayne, äh, Smite dabei hat. Mein Gott. Hm, oder halt normal duschen. Ja, aber selbst wenn du normal duschen willst, musst du in die Badewanne bei denen, weil der dusche nicht. Und das nervige ist, die Badewanne, die hat zwar einen Duschkopf, aber da kommen drei Wasserstreiten raus, die Millimeter Durchmesser haben. Weil es ist fürchterlich. Funktioniert. Duschen ist ja echt ein bisschen... Fertig, war nur duschen. Ah. Ich habe keine Ahnung, wie das top laufen wird. Das sagt nichts. Meid OP. Geplant. Okay, das meint, äh, war... Wassersehenpick. Hm, ähm... Das ist echt eine doofe Dusche. Das ist echt eine doofe Dusche. Ich bin natürlich so beknackt. Ich picke Ilaoi in alles. Man muss auch die Wirkung von Ilaoi verstehen. Allein ihre Präsenz ist nervig für Gegner. Das stimmt. Du hast da absolut recht. Aber es ist halt so... Ich habe, glaube ich, Ilaoi einmal gespielt. Oder zweimal. Beziehungsweise, ich glaube, ich habe sie einmal tatsächlich auf der Topline gespielt. Fand sie wirklich sehr, sehr stark. Ich glaube, es ist Lost Gant. Und ich bin... Gerade abgest... Und Hallöchen. So wie der Silber 1. Haben wir uns abgewechselt? You guys are okay. Habt euer Urlaubsvideo eingeschaut. Und die... Es sieht verdächtig aus. Nicht wirklich wie jemand, der Fotos über die Natur macht in der Stellung beziehungsweise postet. Iiii. Ich finde das gar nicht lustig. Mein Gott, und wir spielen gegen die Deutsche. Ich habe einen Minion jetzt davon. Anbekommen. Verdammter Ernst. Was ist das? 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 Das ist das mit dem malware? Was ist das? Orglockone. Ja, Marco ist echt, boah, es war wirklich kacke. Ich kann jetzt nicht mehr farmen, ey. Yo! Ich bin dann aber nur gerade. Ich bin gerade so salty, ne? Ich merke das selber. Ich versuche jetzt hier irgendwie noch Farmen reinzukriegen, aber das kann ich auch nicht aufholen. Gerade nicht, wenn ich es nicht treffe. Gerade, wenn ich es nicht treffe. Mann, ey. Kann ich trecken? Nein. Mau, gar keinen Schaden. Hi. Wenn du schwitzt, kannst du halt zu sein. Attraktive Vorstellung, doch. Absolute attractive. Wow, Lane Gang, so OP. E. E. Was ist eben. Aaaaaah Agnesa auf beiden Rate mal was ich habe, Star Ich habe übrigens mein Tee auch an im Zubel Gantt! gibt es halt für Level... 9! Sehr schön, mein Großer, sehr schön Ähm, und abends kann ich komplett weiter Die Luft, die hier reinkommt, nicht so warm ist. Aber auch nur so ein bisschen. Ist das gerade auch so schön warm bei dir, oder was? Ach, das hat gar nicht Genk geschrieben. Das hat ja... ...sumst Ding. Woohoo, Party! Es wird wärmer im Moment. Hab besucht, bin später wieder da. Alles klar, Marty, viel Spaß noch! Und das ist geil, wie gut ich daneben treffe. Wirklich cool! Nämlich gar nicht. Es ist einfach nur dumm. Alles. Naja. Beste Leben, liege im Garten, im Schatten, mitten in der kalten Kauke und Isastream. Oh, Christa, vielen Dank! Ich bin nur so ein bisschen angepisst gerade darüber, dass ich irgendwie Top-Lane spiele und extremst verkacke. Weil ich unter mir bin, er 4-0 steht. Aber hey. Ich got this. Ich eigentlich nichts machen kann. Gar nix. Jo, Dark, aber der macht ne... Aber schön, dass du im Garten liegst. Bin ich ein bisschen... Ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch. Nein. Ich bin ein bisschen neidisch. Und ich bin ein bisschen neidisch. Ich bin ein bisschen neidisch. Ich habало, ich bin ein bisschen neidisch. Das stimmt wohl. Braucht den auch gar nicht mehr zu pauken oder sonst dergleichen, weil es einfach... Komplett für ne Arsches! Komplett! Komplett für ne Arsches! Komplett für ne Arsches! Ja, so ein Bäumchen dürfte es eher witzig finden, wenn man mit ihm Fallen beschießt. Ja, gerade wenn er so viel ist. Neiß Kinderzimmer! Das ist mein... Wahrscheinlich denkst du gerade, dass ich bei meinen Eltern ausziehe oder sonst dergleichen, aber ich ziehe tatsächlich wieder zurück zu meinen Eltern. Kann ich was reißen, wenn ich teleporte? Nö. Äh, nochmal hier zu gehen. Ich werde einfach auf der Top-Lane leben und mich freuen. Ach! Zu einem Schmuck! ZEB! Ich werde einfach nach dem Schmuck! Du bist so schmuck! Das Schmuck! Du bist so schmuck! Was ist der Plan, Val? Was ist der Plan? Ich hab's auch gemerkt, aber das ist kein Problem. Ich hab' das auch direkt so erklärt, weil mir das ja in dem Moment auch eingefallen ist, dass man wahrscheinlich eher vermuten würde, man würde bei den Eltern ausziehen, als wenn man die Eltern zurückziehen würde. Aber, I got it. Ich hab' meinen Namen top den Tower bekommen. Well. Ich hab' das Gefühl, ich bin so useless einfach. Ich mein, Marokai steht 5-0, ich stehe 0-3. Die beiden haben gleich viel Farm und ich, pfff, so out of the game. Eigentlich kann ich mich auch schon wieder verpiesen, weil Marokai jetzt eh auf dem Bot lenkt. Jo. Der Spasmus mit der Maus, ey. Ähm, welchen Bot benutzt ihr eigentlich? Wenn ich fragen darf, äh, das ist der, der, mhm, mhm, mhm. Sunbot. Den benutze ich. Den Sunbot. Das Problem. Ne, so richtig, aber irgendwie aber so. Okay. Sunbot. Ganz entspannt. Ganz entspannt. Ganz entspannt bei so einer Situation. Ernsthaft. Dein Ernst? Das war doch schon längst über Range. Mensch. Ähm. Wie kannst du gut oder schlecht mit Technik umgehen? Ja. Aber was ist Mikur? Das ist Mikur, ist das nur mit den Leveln. Das ist glücklich. Wie ist das? Ich versuche gerade eigentlich nur Schadensbegrenzung zu machen, wirklich. Schadensbegrenzung. 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 Das war's für heute. Boah, der Swap, der hat mir wirklich Möglichkeiten. Spielt der mir gerade zu. Auf jeden Fall, ihr seid falsch gelesen. Was habe ich falsch gelesen? 90% mehr, aber ich kenne einige Mails, die sehr gut mit Technik können. Hä, was habe ich falsch gelesen? Was? Ich halte mich von so manchen Leuten für ein 80%. So, ja, habe ich wirklich falsch gelesen. Sorry. War nicht meine Absicht, ehrlich zu sein. Will, geht's halt für Level 5. Gott. Lass mal gegen meinen Erzfeind spielen. Erz-Potato. Erz-Potato. Was ist das? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Was soll das heißen, Dark? Das macht doch wieder keinen Unterschreiben. Aber gar nicht. Voll doof, wenn ich channel, komme ich auch nicht raus aus dem... Also aus meiner Ulti, wenn ich die anmache. Ähm, Isa, dann... Dann ist er aber schlecht trainiert, Isa, wenn er keinen Bescheid... Das muss nicht trainiert sein. Ist sie hier zu Kopf gestiegen? Hier kommen keine Sätze mehr. Ach so. Okay, das habe ich verstanden. Isa, 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 it's gang. Ganz. Ganz? Was? Ganz. Ganz. Okay. Seems weird to me. Rotate. Ich pushe jetzt einfach auf allen Lanes. Rotate jetzt. Rotate jetzt. Rotate jetzt. Die Ulti klingt sehr witzig von, äh, dem Dude. Ähm, Jocker, woher kommt das? Und Dark hatte ein paar Isas im Satz. Deswegen habe ich es umgeschrieben. Ach so. Ja, vielen Dank. So verstehe ich das natürlich komplett. So ist es kein Problem für mich, das zu verstehen. Ich meine, das gibt es einmal als Kinderspiel. Echt? 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 Boah. Kacke Mach den Asher dann, Leute Auweia, da wurde mal eine Zara eingeschmolzen Einmalhin krieg ich die weg Isa gleich der Name Isa gleich ein Tu-Wort und Isa-Wi-Wort Und schon ist ein Satz entschieden Ach, jetzt verstehe ich das auch alles Natürlich, liebe Frau Absolut verständlich Absolut Brauche ich denn irgendwas zum Schreddern Also brauchen wir dieses Item Wo man sich mal Und einer läuft außen rum Und sagt immer Ente, ente, ente Und wenn er hinter einem Gans sagt Muss man Ach, dieses Spiel Ja, aber Christoph Ich kenne das Spiel Nator Nator Ich kenne das Spiel Ich kenne das Spiel Ich kenne das Spiel Ich kenne das Spiel Auf nachher Okay, er님 das Spiel Ich habe auch kein Lass Ich sehe, du hast eine weibliche Seite an dir. Das heißt, kompliziert sein. Ach Gott, ja. Gott, Gott! So, jetzt läuft es endlich. Jetzt! Ups. Jetzt läuft es. Das ist ein bisschen, aber es läuft. Das ist ein bisschen, aber es läuft. Ja, die Lawine. Jetzt rollt der Stein. Ja, die Lawine. Absolut, rollt irgendwas. Hauptsache, es rollt gerade irgendjemand. Ganz ehrlich, ich kann da nicht drauf porten. Und hier. Ich habe den Boden nicht berührt und kriege trotzdem nicht so gut, das ist schön. Das freut mich. Ja, ich bin ganz schön faul. Wenn ich mir das so angucke. Ich weiß gar nicht, was ich mir als letztes Item kaufen sollte. Also diesen Witz im Stream, nicht eine Lawine. Bei uns hier. Was ist weiß und stirbt beim Essen eine Lawine. Was ist gelb und kann nicht schwimmen? Ein Bagger. Weil da muss man, glaube ich, irgendwas noch mit einarmig sagen. Tatsächlich. Ich gehe mal eben hier rein. Oh mein Gott, das gewinnen wir auch noch. Ich habe so eine schlechte Leistung gespielt. So schlecht gespielt. Kein Boost. Definitely. Jetzt ist es öffentlich. Oder bei einem League Ranked. Ihr hattet eine Lawine. Nein, das nicht. 19 Punkte. Ich kriege nicht mehr. 20 Punkte. Das war anstrengend. War gut. 56,59 verloren. Total gut. Mal wieder den Bug. Gut, dass ich immer darauf vorbereitet bin. Wow. Ich habe wirklich nichts getan. Kein Schaden. Die wieder. Sieg halb oder bei Emily Gray. Ich glaube, eine Lawine würde bei so vielen stören.